willkommen zurück zu in des heute steht paradise lost im zweiten zyklus an ich werde es auch jetzt einfach durchziehen bis ich das nächste mal sterbe und dann zeige ich euch desolation den alt das alternative erste level und da machen wir einfach mal weiter mal sehen ob ich überlebe aber ich gehe jetzt eigentlich davon aus sagen wir mal so paradise lost 2 so schweben so ein paar dicke armors rum getroffen aber der hat noch geschossen komm schon geht doch gleich beim ersten schuss und den aber nicht die kommen sogar bis hierhin habe ich jetzt nicht mit gerechnet dass sie bis hierhin schießen kann so erledigt da ist noch ein mönch aber den kann ich so erledigen wenn ich drüben bin hallo wo muss ich denn hin nach da oben okay dann gehe ich erstmal da hoch wenn ich denn treffe es wird natürlich immer schwerer um so mehr zyklen man schafft gibt es doch nicht es wird auch so schöner treffer einfach mal drauf losschießen, irgendwo ein paar anlocken der müsste jetzt eigentlich hier hinkommen, oder? sollte eigentlich so, ab und zu haben die aber auch keinen Bock ab und zu haben die auch keinen Bock einfach hier hin zu spawnen so, was geht ab hier hier war ich schon, oder wie? nee, aber hier ist keiner hier ist keiner keiner zu Hause ach komm, das war doch 100 bohnen treffer wo, 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 wo vielleicht so viel auf einmal hier immer noch, nicht tot jetzt aber komm schon so so, sieht schon viel besser aus oh, hallo wo, 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 wo wo, 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 wo Hm, ist zu weit weg. Der ist zu weit weg. Komm her, komm näher. Geht doch. Geht doch. So. Das habe ich auch nie verstanden, aber da unten ist keiner. Aber ich gehe jetzt trotzdem mal gucken. Aber in der Regel ist hier keiner. Nein. Warum die hier keine Gegner hingesetzt haben. Ist mir ein Rätsel. Hopp. Nichts. 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 Hedgehoes. Da oben ist aber noch ein Gegner. Jetzt steht er genau hinter der... Was machst du denn, Kollege? Oh oh. Komm noch runter. Komm runter, Kollege. Ja, oder auch so. Noch. Noch so ne... Gute, nette Frau hier. Na komm. So, Energie kann ich gebrauchen. Fällt mir grad auf. Aber ein bisschen weit. Was wär wo? Wer schießt hier auf mich? Hallo. Uah. Uah. Hilfe. Hier war noch einer, oder? Ja. So. Oh, da sind auch jede Menge. Headshot. Nein, da unten würde ich nicht hin. Nein, da unten, doch. Zack. Zack. Hallo. Hallo. Das macht mir so ein bisschen zu schaffen hier, das Paradise Lost, weil die Burgen oder die Türme hier, die sind halt nicht immer gerade. Und so ein bisschen ist es immer so ein bisschen komisch, wenn die so schief stehen. So. Da unten war ja nichts. Das hier habe ich. Also muss ich da rüber. Warte mal, war ich hier oben? War ich nicht, aber hier ist auch nichts. Okay. Ja, dann eigentlich. Da hinten, da ist noch jemand. Hallo. Hallo. Wieso? So. Was ist das? Was gibt es denn da? Oh, da ist einer. Was gibt es denn da? Irgendwas, was ich brauchen kann? Was ist das? Holy Lord. Ne, brauche ich nicht. Was ist das andere? Ich will das andere machen. Komm. Nein. Nicht das. Nee, brauche ich nicht. Irgend so ein Nadelfeil, die Döns. So. Äh, wo muss ich hin? Wahrscheinlich nach oben, ne? Hallo. Noch jemand da? Scheint nicht. Ja, dann geht's rüber. Gucken, was man kaufen kann. Tempest. Perfekt. Nee, Quatsch. Hab ich doch. Hab ich. Brauch ich gar nicht. Brauch ich gar nicht. Energie. Ja, die könnte ich gebrauchen. Damit warte ich aber noch. Vielleicht bekomme ich die ja auch noch im Laufe des Levels. Einfach so. Also zwei Kälsche könnte ich gebrauchen. Oder einen, der mir jetzt zwei Striche zurückgibt. Ist gut. Wow, wow, wow. Ziemlich viele Pfeile hier. Unterwegs. Ach, komm schon. Mein Gott. Ich glaube, die trifft mich sogar damit. Wenn ich jetzt nicht ausweiche, ja. Hi. Mega knapp. Das war jetzt mega knapp. So, jetzt könnte ich wieder umrüsten auf Seek and Explode. Mache ich das? Mache ich das oder mache ich das nicht? Ja, doch, oder? Jetzt könnte ich wirklich halt den Slot gebrauchen. Den zusätzlichen. Den ich erst bekomme, wenn ich sterbe, das nächste Mal. Wechsle ich oder wechsle ich nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin immer so unentschlossen. Einfach mal hier so ein bisschen in die Gegend schießen, damit die zu mir kommen. Hm. Also eigentlich habe ich jetzt damit gerechnet, dass hier noch so fliegenden Amortypen kommen. Wo bleiben die denn? Wo bleiben die denn? Da ist einer. Wo? Der nächste. Oh, da sind noch drei Stück. Einem Haufen hier. Ja, kommt rüber. Ja. Wie? Nein. Ja. 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 So, 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 jetzt kommen wir einfach mal rüber. So, jetzt mal kurz weg hier. Können die mal aufhören, auf mich zu schießen? Oh, okay, okay, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Das sind zu viele auf einmal. Da hat mich sogar einer getroffen. Jetzt ist aber gut hier, oder? Jetzt ist aber gut. Reicht jetzt hier mit euch. Das reicht mir jetzt hier mit euch. Was, wer, wo? Meine Güte. Das sind schon ganz schön viele von denen, ne? Ich habe tatsächlich einen Energiebalken verloren und gefällt mir nicht. Gucken wir mal, ob ich den von hier treffe, aber wahrscheinlich nicht. Doch. Ah, die Jute-Dame kommt bestimmt runter. Ja, da ist sie. Oh, oh, krass. Oh, oh. Ich treffe auch wieder. Oh, oh. 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 War ja nicht nur ein Ohrenritter. Okay. Doch nur zwei. Oh, 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 oh Meine Güte. Die ist aber weggeflogen. So, Energie. Das war's? Ne, doch nicht. Was? Wer? Wo? Ich muss weg. So. Da hinten ist noch wer. Headshot. Komm, noch ein Headshot. Achso, stimmt. Hab ich ganz vergessen. Siegen Explode. Das ist ne gute Frage. Wechsle ich oder wechsle ich nicht? Ja komm, ich wechsle oder? Ja, ich hab gewechselt. So. Headshot. Come on. No Headshot. So. sieht ganz okay aus ich hätte natürlich gerne volle Energie oh da habe ich noch ein paar vergessen ist hier noch jemand hallo tatsächlich in der ecke versteckt das wäre wo da so ich glaube jetzt habe ich es aber so langsam aber sicher ja sieht gut aus unterwelt gibt es ja hier nicht in level 2 warum auch immer nur in level 1 und 3 noch irgendjemand da da ist tatsächlich noch jemand ich werde mir jetzt die energie wohl doch kaufen weil ich habe ja nicht genug bekommen mit 10 kommst du denn noch her ich denke mal jetzt habe ich alle vermute ich oder ist hier noch jemand glaubt mich guck nochmal ob ich noch irgendwo jemanden sehe irgendein vergessen sieht nicht so aus jetzt hole ich mir die energie wie viel gold habe ich eigentlich ach 82.000 kann ich mir leisten so ab zu gabriel gabriel und da fällt das level in sich zusammen jetzt schön mit tempest tempest pfeile wo spawnt er da er spawnt immer da wo das licht scheint komm nein 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 das war schlecht das war schlecht das war schlecht warum ist denn der jetzt so gut hier gibt es ja gar nicht okay ich bin gestorben what the fuck ja gut da habe ich jetzt nicht mit gerechnet aber gut jetzt habe ich zumindest denke ich mal gleich den nächsten slot pfeile und kann euch dann beim nächsten mal desolation zeigen also irgendwie war der jetzt ziemlich stark der gabriel oder ich war einfach nur zu langsam das kann auch sein ja jede menge freigeschaltet natürlich ist klar nicht mal 400.000 punkte ist natürlich immer noch lächerlich und ich habe einige gegner getötet da sind sie alle sind ein paar würde ich sagen so und jetzt beim nächsten mal gibt es desolation damit bin ich erstmal wieder raus und sage bis zum nächsten mal bye bye ciao